Mein Value Hero ist auf jeden Fall der Marc Morawiecz, weil sein Value ist Win as a Team, er ist ein ganz ganz toller Teamplayer, hat großartige Visionen, die er erfolgreich in seinen Projekten umsetzt und da dabei zu sein und ein Stück, ein Teil dieses Teams zu sein, macht unglaublich viel Spaß. Er ist begeisternd und ich kann auch noch sagen, er ist auch super sympathisch. Ja, als ich gefragt wurde, wer mein Value Hero ist, musste ich ein bisschen nachdenken, weil es gibt schon mehrere Leute, die für mich in Betracht kommen. Ich habe mich aber letztlich für meinen Kollegen Philipp Nürnberg entschieden. Das ist ein relativ neuer Kollege, der ist es seit 2019 bei uns und im Moment verantwortlich, schwerpunktmäßig für das Familienrecht. Der hat sich in kürzester Zeit fachlich perfekt eingearbeitet und ist super in unser Team integriert. Der ist immer ansprechbar, immer hilfsbereit und mit dem zusammenzuarbeiten, macht echt nicht großes Vergnügen und ich gehe auch gerne mit ihm zusammen mal zum Mittagessen. Ich nominiere Bastian Germann von Woltersklüber Deutschland Legal Software, weil er meiner Meinung nach alle WK-Werte vertritt. Er hat stets die Kundenbedürfnisse im Fokus, hat den Drang, mehr über die Kunden zu erfahren und ist auch ein absoluter Teamplayer, arbeitet sehr eng mit unserem Sales Team zusammen. Deswegen ist er mein persönlicher Value Hero. Also in diesem Sinne, Happy Values Day! Meine Value Heroes sind meine Kolleginnen Silke und Tina, weil die mich immer bei Problemen unterstützen und wir einfach alles gemeinsam schaffen. Meine Value Heroes sind einmal der Carsten und der Markus und zwar sind das zwei Teampollegen, die nicht am gleichen Standort wie ich sitzen, nämlich in Neuwied. Wir haben aber so viele Projekte und irgendwie schaffen wir es trotzdem zusammen, oder sie beide schaffen das, immer für mich da zu sein während der Projekte und es macht einfach Spaß im Team die Aufgaben mit den beiden zu bewältigen. Hallo, mein Value Hero ist Tom Hänsela, der mich von Anfang an unterstützt hat, digitale Projekte für den Bereich Schule und Kita zu entwickeln und der Sachen wie Transparenz, Teamwork und Verlässlichkeit ganz wichtig erachtet und das auch in seiner Arbeit jeden Tag zeigt. Happy Values Day! Happy Values Day! Happy Values Day!